Leute, ich habe einfach vergessen, von meiner Kamera diese Rascheldinge abzumachen. Deswegen hört man die jetzt über das ganze Video. Ich hoffe, das wird nicht ganz so nervig für euch, aber sorry. Macht's geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Leute, ihr seht es auf jeden Fall an meinem Titel. Ich gehe mit euch zusammen feiern. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe meinen 18. Geburtstag mit euch gefeiert, aber da gab es auch einen Grund zu feiern. Heute gibt es keinen Grund. Heute gehe ich mal einfach so feiern und ich dachte mir, ich nehme euch einfach heute mal mit. Da könnt ihr auch mal sehen, was ich in Köln so mache, wenn ich mal keine Videos drehe. Ich habe auch gerade schon meine Sachen zusammengepackt und ich muss das gleich in 10 Minuten los. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Zug wieder. Anyway, ich habe mir meine Zähne bleaschen lassen. Wie findet ihr das? Köln! Okay, ich muss jetzt in den Taxi einsteigen. Das komme ich nicht rechtzeitig an. Steigenberger Hotel. Ich bin angekommen. Alter, diesmal bin ich in einem ganz anderen Hotel. Wo bin ich hier gelandet? Das Hotel war ein bisschen teurer. Aber das andere Hotel war ausgebucht, wo ich immer hingehe. Ich will gar nicht wissen, was mich hier für ein Zimmer erwartet. Äh, oh. Ich bin in Köln angekommen. Die Reise war mir gerade gar nicht anstrengend. 429. Hier. Yo, was ein schönes Zimmer. Alter, wie geil. Oha. Leute, gönnt euch dieses Zimmer. Einfach hier sogar mit Ankleidezimmer. Geil. Richtig geiles Bad. Richtig geile... Oha, Alter. Ich glaube, ich nehme jetzt immer dieses Hotel. Ich habe sogar Ausblick. Auf die Straße. Okay. Äh. Das sind eh nur Bäume. Der Spiegel ist schon geil. Ich werde mich jetzt fertig machen. Wir machen einfach mal einen schnellen Übergang. 3, 2, 1. So. Leute, das ist mein Party-Outfit für heute. Wie findet ihr dieses Kleid? Ich habe das Kleid noch nie angezogen. Aber ich glaube, ich werde in diesem Kleid heute erfrieren. Denn wir haben es gerade 15 Grad draußen. Und ich habe dieses Loch hier. Ich werde absolut erfrieren. Bevor wir losgehen, muss ich jetzt erst mal was essen. Sonst werde ich nachher absolut verkacken. Deswegen fahre ich jetzt zu dem lieben Jonas. Ich bin absolut bereit für den Club. Oh, mach keine Ahnung. Jonas. Ich klinge jetzt noch mal. Lass mich rein. Ja. Drück doch länger. Ich habe die Tür gezogen. Drück mal noch mal. Ich bin so behindert. Okay, jetzt auch nicht. Hallo, Jonas. Hallo, Jonas. Du bist ab sofort Kölner. Du bist jetzt Kölner. Die findest du mal in der Einrichtung. Darfst du mal in der Einrichtung bringen? Ja, klar. Zeig mal deine Einrichtung. Ich habe mir hier einmal einen extrem streichelchen gefüllt. Boah. Der war übelst teuer. So kreativ. Maß anfertigung. Oh mein Gott. Boah. Boxspringebett. Boxspringe. 1,80 auf 2 Meter. Geil. Das kannst du einfach extrem leicht auseinanderbauen. Oh mein Gott. Das ist doch für 2. Ja, mit Staura unten drunter. Übel krass. Warum habt ihr eine Lieferandojacke hier? Ähm. Was ist das? Ja. Okay. Hi. Hallo. Natalie ist auch hier. Hallo. Jonas, danke für das fabelhafte Essen. Hey, kein Problem. Habe ich dir gern fertig gemacht. Nur für dich. Oh mein Gott, ey. Komm, Jonas. Das Einzige, was er auch an seinem Leben kann. Wow. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. So schön. Okay, wir sind jetzt angekommen. Neben mir ist hier die Schlange. Wir überholen euch jetzt alle. Wir überholen euch alle. Heute sind wir im... Oh, danke schön. Heute sind wir im Vanity. Yay. Yay. Boah, nee, Alter, der ist aber noch hier. Wir sind im Club drin. Ihr werdet auf das ein oder andere Getränke zählen. Darf ich nicht in meinem Video zeigen? Nein, ich muss schon mal einfach. Die Fliege die ganze Zeit dreht sich ab und die heißt ja, ob der kann es richtig tanzen. Schädi ist haupt da. Nur für dich natürlich in meinem Club. Schädi ist der beste. Hallo. Ich weiß gar nicht, warum du sprichst. Wir sind alle so artig. Ich weiß gar nicht, warum du sprichst. Ich weiß gar nicht, warum du sprichst. Das ist so artig. An sich war das eigentlich ein richtig, richtig, richtig cooler Abend und es hat richtig viel Spaß gemacht. Also ich kann euch wirklich nur den Club Vanity in Köln empfehlen. Mega Club. Ich bin jetzt wieder in meinem Hotel und ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen, denn morgen früh um 11 Uhr geht es für uns alle zum Café Buhe. Ich hoffe, dass ich um diese Uhrzeit wach werde. Wir haben es gerade 4 Uhr. Guten Morgen. Es ist 12 Uhr und ich bin wach. Nein, ich bin schon seit 11 Uhr wach. Mir geht es super eigentlich. Ich will natürlich noch ein bisschen länger im Bett liegen. Aber für uns geht es gleich alle ins Café Buhe. Was fettes essen. Ich habe aber schon mega Hunger. Ich habe gestern so viel wie möglich mitgefilmt. Ich habe es wenigstens versucht und ich habe meine Kamera zweimal fallen gelassen. Aber die hat irgendwie gar keine Kratzer. Ich weiß auch nicht warum. Und in Köln ist mal wieder was los. Ich bin auch wach. Eigentlich wäre ich gerne noch länger im Bett geblieben, aber ich habe auch richtig Hunger. Also, wir sind jetzt im Café angekommen. Die Schlange ist übelst lang, aber wegen Shady kommen wir rein. Hallo, Lea und Tobi. Hallo. Hallo, na? Oh, das ist mir gefallen in der Kamera. Ja, dieses Bürozeig gefallen. Oh, sie sieht richtig gut aus. Wir sind drin. Oh, Philipp ist auch da. Ja. Der Essen ist da. Ich habe so lange. Es ist 2 Uhr. Uh, lecker. Ich habe Hunger. Ich muss hier nicht schauen. Geil. Lecker. Ja, auch. Du siehst gut aus. Der ist immer beschwert. So ein Mädchen. Ihr werdet so sterben. 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 Nein. Ich glaube, es ist dir gesagt. Inkele aus. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr konntet einfach mal so sehen, was ich mache, wenn ich mal keine Videos drehe. Ich hoffe natürlich, das war ein bisschen spannend für euch. Wenn ihr natürlich noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da. Und werdet ein Teil von der It's Me. Ja, das lohnt sich wirklich. Ich sage an dieser Stelle Tschüss. Und wir sehen uns Dienstag. Am Dienstag. Bis zum nächsten Mal.